Hallo meine lieben Leute, euer Blöksuma wieder am Start und hier ist das Infovideo, das lang ersehnte Infovideo mit allen bisherigen Einsendungen vom feurigen Winterwettbewerb. Und yo, ich wollte mich nochmal schnell für den 7h Stream bedanken, für den Geburtstagsstream. Das war ein echt klasse Stream, vielen Dank für den Support. Den Stream werde ich wahrscheinlich morgen freischalten. Und genau, hier seht ihr jetzt auf jeden Fall alle Level und ich, die bisher eingesendet wurden. Und yo, ich finde, die Thumbnails sehen auf jeden Fall sehr schön aus und ich freue mich auf jeden Fall, diese Level zu spielen. Und ich freue mich auch, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ich glaube, jetzt haben wir schon 20 Leute mehr als beim Yoshi-Wettbewerb damals und ja, das ist doch sehr interessant. Und genau, ihr könnt bis zum 13.1. könnt ihr noch Sterne sammeln und ich werde mir dann am, ja, wahrscheinlich am 14.1. einen Zeitpunkt raussuchen, wo ich dann nochmal gucke, wer die meisten Sterne hat. Also, beziehungsweise ich werde mir die 20 Stück heraussuchen, die die meisten Sterne haben und die sind dann safe in der Finalrunde dabei. Und dann werde ich mir noch später 10 weitere Leute herauspicken, von denen ich denke, dass sie ein gutes Level haben und die halt einen guten Eindruck machen. Und genau, falls ihr nicht dabei seid auf dieser Liste oder noch euren Level einsenden müsst, dann tut das bitte im Google-Formular. Und, jo, und sollte es irgendein Problem beim Google-Formular gegeben haben, dann könnt ihr auch einen Kommentar schreiben mit dem Level-Code, Level-Namen und so weiter und der Beschreibung. Ich brauche das auf jeden Fall alles für den Wettbewerb und genau, wie gesagt, bis zum 13.1. könnt ihr noch Sterne sammeln und hier könnt ihr auch nochmal die ganzen Level spielen, die es eurer Meinung nach verdient haben, weiterzukommen. Also, da könnt ihr nochmal eure Personen, die ihr kennt, vielleicht supporten und, ja, den guten Leveln einen Stern geben, damit sie weiterkommen. Und, ja, bisher sieht es aktuell ganz gut aus. Ich denke mal, so 6-7 Sterne werden aktuell benötigt. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeguckt, aber, jo, es sind auf jeden Fall nicht so viele Sterne. Es ist auf jeden Fall machbar. Und, jo, wie gesagt, ihr habt bis Freitag Zeit. Und, genau, wann das erste Wettbewerbsvideo online gestellt wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht Montag. Ich werde versuchen, mich am Samstag und Sonntag da ranzumachen an die Aufnahmen von den 30 Leveln. Das wird eine Herausforderung. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Und, ja, dann würde ich sagen, das war es dann wieder für heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder oder übermorgen. Und, ja, bis dann. Danke nochmal für den Stream. Und, jo, ich freue mich dann aufs Finale, ne, auf dem Webhörb. Und, ja, bis dann. Euer Glückstuhl und tschaui.